Nürnberg er ist hier er ist zu erlaubt er wird schon Prozent 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 Hallo meine lieben Freunde hier auf YouTube schön dass ihr eigentlich schon lobt hier bei dem Talk ich grüße euch recht herzlich heute habe ich mal ein Spiel dabei was ich ganz am Anfang von meiner Amiga Zeit Prozent bekommen habe und zwar war das der Amiga im Power Pack und da war unter anderem dieses Spiel hier mit dem Namen Englisch Kurs und ja dann waren noch zwei andere Spiele dabei das war Pinball Wizard und Quibi und ähm das waren ja meine Anfänge mit dem Amiga also man kann sagen dieser Englisch Kurs ist das erste Spiel was ich auf dem Amiga hatte ja Englisch Kurs ich will es euch mal zeigen ähm das ist vor absolut Beginners ja gut 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 also da steht es los geht es b b geht es weiter es tut sich was willkommen durch die neue Droge Amiga wurdest du in die wunderbare Welt des Comics verwandelt leider in Amerika und so weiter und so fort das lässt jetzt nicht alles durch ich will euch nämlich zeigen wie das funktioniert mit den Fragen ok hier steht Englisch Kurs 1 hier haben wir die Anleitungen Kurs wähle mit der Maus Vokabelliste und Spiel wir haben das Spiel so schön dass ihr eingeschaltet habt ne sehr nett von euch lasst dem Video doch einen Kommentar und ähm Daumen nach oben da oh es geht los da steht Haus und was ist Haus Hotel Hose Haus oder wenn ihr Haus ist Haus richtig to love lieben richtig I can ich schlafe du kochst ich spiele und ich kann natürlich ich kann so jetzt haben wir den Namen genau also es ist wirklich für absolute Beginner ja steht auch so auf dem Diskettenetikett drauf to meet das ist ähm treffen hu ist wer so funktioniert das ne ganz alte Spiele Amiga da kommen noch Erinnerungen hoch äh I am äh ich bin ja please was heißt please Leute das wisst ihr auch ne bitte mein Freund das ist easy das ist eigentlich alles easy äh mein Freund ich grüße euch recht herzlich alle meine Freunde die jetzt gerade dieses Video hier sehen beim Talk auf YouTube nice äh ist nett jawoll natürlich natürlich das ist wie Fahrrad fahren ne das haben wir einmal gelernt und dann haben wir alles drauf das ist jetzt früher habe ich das sehr viel und oft gespielt deswegen kenne ich die Antworten schon auswendig ja äh to look ähm schauen to say sagen so jetzt müsste ich eigentlich gleich das erste Level geschafft haben oder his ich habe das ist ein 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 200 Exzellent Treffer 15 Nieten 0 Ratte nicht Ratte sondern Rate 100 Prozent es geht hier weiter und zwar stelle I love fast cars lock ex-z-car was ist falsch wisst ihr es 3 look mit zu zwei O's ne ja okay schon ein bisschen schwieriger what is your name da ist schon ein Fehler what is your name gleich am Anfang I like all dogs like ist falsch geschrieben I can not see the bathroom excuse me where are it where is it oder ja saugut ich grüße recht herzlich die Britta die Sina Laura die Rena mein Freund Michael aka Neon Gamer jetzt hat alle gegrüßen natürlich alle die die jetzt dieses Video hier sehen hier auf YouTube äh your father is very nice his name is mh ja father ist falsch geschrieben mit R ne ha ha who are you are you John no I am I am I am nicht I A 3 ist falsch so okay ich würde sagen ihr habt lange genug dem Talk beim Englisch lernen zugeschaut das soll es jetzt gewesen sein wir haben ein bisschen über 5 Minuten ja vielen vielen Dank fürs Zuschauen bis hierher ihr seid echt spitze lasst dem Video doch einen Daumen hoch einen Kommentar und ein Abo da und ich würde mich sehr sehr drüber freuen das war es mit dem Spiel Englisch Kurs für absolut Beginners mit dem Talk auf YouTube und wir sehen uns beim nächsten Mal wenn es wieder heißt der Talk spielt ein Computerspiel ja okay das war es macht's gut und wir sehen uns beim nächsten Mal Tschüss Sie und wir sehen uns beim nächsten Mal und wir sehen uns beim nächsten Mal und wir sehen uns beim nächsten Mal